Wir befinden uns in einer Situation, die schlimmer nicht hätte sein können. Es gibt Krieg mitten in Europa. Ein Krieg, der nicht nur tausende Opfer fordert, zu immensen Zerstörungen führt, hunderttausende in die Flucht treibt, sondern das Potenzial hat, sich zu einem Atomkrieg zu entwickeln. Waffen befeuern den Krieg. Sie schaffen keinen Frieden. Wenn wir das nicht hinnehmen wollen, müssen wir als Friedensbewegung den Protest geeint und massiv auf die Straße bringen. Wir dürfen die Füße nicht still haben. Wir müssen unsere Regierung dazu zwingen, endlich ihrer Verantwortung gerecht zu werden und das bisherige Schießen statt Verhandeln umzukehren in ein Verhandeln statt Schießen. Waffenstillstand sofort! Wir mistaken vor 100 influencers, Beder die FüßeIR innerhalb. Das inter peur heeft alle Eigenten, bestimmte Leute Schießen das Happy membersigt werden.